Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute gibt es eine richtig, richtig, richtig geile Runde zusammen mit Team Scorpion. Ihr habt euch gewollt, dass noch mehr davon kommen, deswegen kommt es noch mehr davon. Also viel Spaß. Ich habe in dieser Runde gesnipet, Leute. Und ich mit der Sniper. Und ich war sogar gut. Ich habe sogar einen Ace gemacht. Also alle vier Kills mit der Sniper. Ich würde sagen, viel, viel Spaß bei der Runde. So, Leute. Ich habe die Stunts dabei. Wenn ihr meine Klasse sehen... Ich mache B, ich mache B. Also Ace sehe ich keinen. Ich denke, heute... Ich sehe sehe ich gar nicht. Ich snipe. Jungs, nicht sowas wie Ace sagen. Das weiß ich doch nicht. Ace ist oben. Und noch, Alter. Nice. So gehört sich das doch. Ich habe die Brätschi, Alter. Fotze. Krapur. Overkill ringelt. Brätschi, Overkill in S&D, Mann. Das kannst auch nur du, Digga. Oh, ich weiß noch, wo du zwei Nades hattest und... Was für die Waffe, Alter. Die Solution-Standard-Klasse, meinst du. Ja, Mann. Oh, Gott. Okay, Jungs. Lass mal direkt ganz schnell auf B pushen. Okay. Ich habe Rauch dabei, Leute. Oh, ich nehme den Sniper mit, Digga. Ich mache Sneaky. Ich versuche oben, den Spot abzu-aimen. Warte. Rauch kommt. Ja, oben einer. Oh, das ist ein Weak. Das sind zwei. Lenkt die mal rechts ab. Lauf mal rechts an und zeigt euch, die Spot läuft. Oh, das ist Weak. Das ist Weak. Das wurde schon. Er gibt mir so die Boss nicht, Digga. Ich hasse es zu planten. Ich sterbe immer durch so eine Kacke. Ich werde nie wieder die Bombe nehmen. Mach' den Bäcker. Haben die so kaltblütig, oder? Ich bin Backup. Außer Mittwoch, da habe ich die Bombe natürlich eingepackt. Halt die Schnauze, Mann. Ich blende, Digga. Ja, ich habe da eh alles. Aber hinter uns. Hinter uns einer, ich lasse ihn aber kaum, ich lasse ihn kaum. Ich räume auf. Ja, ist Dings hier. Oh, nice. Let's go, Mann. Oh, mein Gott. Läuft direkt wie geschmiert. Digga, Team Skorpion war niemals weg, am Mann. Echt so, ja, Mann. Hier ist Weezy. Oh, Leben beendet, Digga. Nice. Ich weiß, auch einmal hat Solution zwei Sniper-Kills gemacht und dann war er sofort Team-Sniper. 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 Wir sind hier so schlimm, Digga, man kann hier nichts machen. Ja, es kommt eh keiner. Wir sind noch über A. Einer war zweite Stellung davor, aber... Oder einer war auf Toiletten drauf. Nein! Oh, sorry, sorry. Oh, Spawnhausen, einer unten. Warte, ich bleib ganz hinten, ich bleib ganz hinten. Hast du nicht mehr hinten gekommen? Einer ist Second-Hill-On-Snipe mit Schalldämpfer. Aber ich guck da, guck mal Dixies, ich glaub einer war auf Toiletten. Nein, 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 top AC und der geht wahrscheinlich Aladim, hab ich mir gemerkt, Aladim. Mal kennen ihn. Pass auf, Danny, pass auf, Danny. Wo ist der? Ich bin tot. Der ganz hinten am Athletischen, Digga, ich geb... Boah, rechts auf einmal, der pusht raus, Mann. So Time-Page. Aber es macht richtig Spaß, Mann, Gott sei Dank. Nice, Julian. Kein Bock mehr. Absolut gekickt wirst du. So, Marcel, ich mach so. Eins gegen drei. Oh! Uuuuh, sicker Shot hier. Das ist die bisschen beeilen, Digga. Die Bombe. Komm schon. Ah, schau. Komm! Oh, noch einer. Da ist er! Er ist dahinter. Er sitzt da, er sitzt da. Ficky, Ficky, Ficky. Nice, Digga. Oh, souverän hier. Easy, Digga. Oh, shit, Alter. Jetzt will ich aber keinen Kommentar hören, Marcel. Wo ist denn die scheiß Bombe, Mann? Hier. Jetzt schafft er es nicht. Ey, mach jetzt, Digga. Ich hab Angst. Ey, willst du verkacken? Nein, Digga. Das ist easy berechnet, Digga. Hast vor Augen. Man hat fünf Sekunden Zeit. Ich hab mal ein. Glaub ich, oder? Nein, Digga. Hier. Oh! Na genau, das ist ja nur Public, Mann. Ich wollte schon sagen. Noch nie so Mickey Pio in meinem Leben, ne? Hey, Digga. Ich hab's über acht genommen. Man braucht 7,5. Das ist einfach, Mann. Ich bin absolut unsicher gerade. Ohne Scheiß, ich schwörre. In der alten Schule hat es mal fünf Sekunden, glaub ich, gedauert. In der alten Public Playstation Liga vielleicht, Mann. PSL. Du musst auf wahr gehen. Echt? Oh, hättest du den gehittet, Alter. Oh mein Gott, das wär so heftig gewesen, ne? Top, top ist einer und bottom. Guck jetzt endlich. Leackt's auf euch? Du kannst Ping einsetzen mit Blitzschlag, ne? Ja, scheiße, Mann. Ich muss die Bombe legen. Pass nicht mehr, geh auf, kill einfach. Klar schafft er es noch. Ach, oder? Achso, ja, fünf Sekunden nur. Das war bosshaft. Das war bosshaft, Digga. Wie können die das nicht schaffen, Mann? Du hast doch gar keine Option gehabt. Ein zweit guter Junge. Wo war er? Ja, das machst du easy. Ja, easy. Hört man das? Ja, ne? Teddy, glaub ich. Ja, vor dir, vor dir. Ja. Nice. 7-0. Das wird doch ein schönes Video für Scorpion-Plays, würde ich mal behaupten. Ich rush jetzt einfach rein, jetzt fick ich die. Ace, let's go. Extreme Weevil ist am Start. So, komm mal hier, fotzen. Auf B ist nicht zu easy. Doch, doch. Hitmarker war's. Oh mein Gott, nice, danke. Team Scorpion-Comeback is real, oder? Ja, Mann. Wir müssen jetzt eigentlich diesen... Digga, Danny, Mann. Die Weevil ist back, Alter. Digga. Lol. Wo war er? Er hat Scheidel einfach unter Mal, der muss aufpassen. Mein Top AC. Oh, shit. Starkes Ding, Mann. Was ist der? On Fire. 9-0. Nein, das ist wie du, Alter. Oh! Komm, komm, komm. Fick ihn, fick ihn. Oh, shit. Schade. Mein Gott, Alter. Fuck. Ich war so scheiß panisch, Mann. Lass ihn snipen. Nice. So, Leute, das war's mit der Runde. Wenn's euch gut gefallen hat, lasst doch gerne einen Like. Da würden mich darüber freuen, wenn ihr mehr Team Scorpion sehen wollt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.